ja autospeichern was man noch machen muss hier einsatz hier hier und hier hier ja und wir und hier kommt natürlich noch eine Waffe rein so, habe ich jetzt alle Sachen, die wichtigste verbrachen oder mit Kameras versehen? hmmm, ich glaube schon da wurden Leute auch schön lang 2686 export logistisch hmmm so, Maximum hier 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 Klamotten ab und blieb. Ja, nur Einbruch gemacht. Und Fälschung. Einbruch, Fälschung. Was? Und Bürger... Bürgerliches Benehmen unter Alkohol Einzug, glaube ich. Baut. Baut und macht mich stolz. Baut. Baut. Elastika. Geldwäsche, Insiderhandel, Geschlecht. Drei tausend Belohnungen für vorzeitige Einlassung. Nice. So. Sechs Köche dürften ja dafür reichen, oder? Machen wir noch... Eins... Zwei... Doch. Wie arbeitet... Das ist kein Arbeiten, das ist Duschen. Guckst du davon noch eins hin? Oh, ja. Alter, du machst ja... Fast so... Dual-Win. Krass, Alter, der denkt sich auch... Äh... Zumindest... Du machst. Bringt gleich richtig Asche. Subventionen. Okay... So... Dust... Woll commons auch hier... Freizeit, Essen, Essen fassen Spohrer Nichts Ich habe immer noch nicht gedacht, ich habe mit Dünn. Zoom in S Ich muss mir später echt mal die Niets angucken nach Arbeitszeit duschen, Freizeit essen Wird ich so sagen, oder? Ach komm Jungs Ihr duscht ne Nein, duscht ne Stunde früher Hier, schlafen Duschen Essen Und ab dem nächsten Tag Ist dann hier der Spaß vorbei Da Immer noch ne Stunde arbeiten So, bums So tut der Posse Alexander Dayton Kennedy Ne, Kenan Und Jasper Hart 3.000 Belohnung für Erfolgreichste Vorzeit Sechs Gefallene Stehen zur Entlassung bereit Was zack Jeenn 2.000 4.000 Er arbeitet wieder wie die Tiere Ich kann ja eigentlich die ganze Zeit die Türen hoch machen Duschen Ich kriege eine Linie Tom Featherstone Fehlerei Was? Der hat seine Zeit bei uns ja schon fast beendet Wer macht mir dann die ganzen Betten hier? Zwei bewaffnete wird es uns geben Was sagen die Bedürfnisse am Ende des Tages? Erholung und Familie Ist relativ hoch Ja ok vielleicht ist das doch nicht so viel Arbeit Was? 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 leid denn immerhin der ist der arbeiter die einen mehr die anderen weniger denn immerhin der ist der arbeiter sowas die einen mehr die anderen, die anderen nicht mehr aber das ist immerhin der erachtete